so hier war früher auch ein restaurant und jetzt ist das ein arbeitsraum vielleicht wird das mal wieder ein restaurant maybe it will be restaurant das ist alles wie hier diese alten gebäude ein labyrinth so Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist hier ein riesen Labyrinth. Hier geht auch eine Treppe hoch. Hier geht's. 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 Hier geht's.